Hallo, mein Name ist Eric Franklin und in diesem Video werden wir mit Hilfe der Vorstellung und Verkörperung der Achillessehne und der Plantar Opaneurose unsere Fußbeweglichkeit, unsere Standkraft und sogar noch unsere Sprunghöhe verbessern. Was ist die Achillessehne? Die Achillessehne ist die Verbindung zwischen der Wadenmuskulatur und der Ferse und ist sehr wichtig für eine kräftige Fußstreckung. Meistens wird die Achillessehne so dargestellt, als würde sie am Fersenbein hier enden. In Wirklichkeit gibt es starke Verbindungen von der Achillessehne über die Ferse, über das Fettposter hier zur Plantar Opaneurose, welches ein ganz bedeutendes Bindegewebe, eine Fasze ist, welches das Fussgewölbe stabilisiert und auch abfedert. Wir werden jetzt mit Berührung und Vorstellung diese Bereiche aktivieren und deren Wirkung erleben. Legen wir doch gleich los. Zuerst berühren wir den Zwillingswadenmuskel oder den Gastrognemius. Das wäre der Muskelbauch davon. Erstaunlicherweise hört er sehr hoch am Unterschenkel auf, geht hierüber in eine sogenannte flache Sehne, eine Aponeurose und dann in eine eher runde Sehne, die wir eben Achillessehne nennen. Berühren wir die Achillessehne und massieren sie ganz leicht, indem wir die Finger so zusammendrücken, gehen nach oben, bis wir den Anbeginn des Gastrognemius finden. Dort reiben wir etwas mit den Fingern und wiederholen das noch einmal. Leichte Massage der Achillessehne, reiben hier auf der Aponeurose der Achillessehne und dann den Ansatz berühren. Dann massieren wir etwas die Ferse, den Übergang zwischen Achillessehne und Plantaraponeurose. Zum Schluss reiben wir die Plantaraponeurose noch etwas mit den Fingern. Und noch einmal Achillessehne, Aponeurose des Gastrognemius und Wadenmuskulatur, Plantaraponeurose. Durch diese Berührung werden natürlich die Sinnesrezeptoren in diesem ganzen Bereich, von dem es viele hat, aktiviert und dadurch verbessern wir natürlich die Möglichkeit, diesen Bereich zu steuern. Wir verbessern also die Ansteuerung dieser ganzen Systeme. Dann stehen wir auf und vergleichen die Seiten. Nur mal im Stehen, ohne eine Bewegung, spüren wir wahrscheinlich schon einen Unterschied. Dann stehen wir auf das linke Bein, beugen und strecken das Bein, schauen, wie tief wir gehen können, wie erlassisch sich das anfühlt und vergleichen es mit der anderen Seite. Dort fühlen wir uns wahrscheinlich um etliche steifer. Dann hüpfen wir auf dem linken Bein und hüpfen auf dem rechten Bein und jetzt spüren wir erst recht einen Riesenunterschied. Dann machen wir noch die andere Seite. Ganz eine einfache Übung würde ich empfehlen, vor jedem Training, vor dem Joggen, Tanzen, alles was mit Gleichgewicht zu tun hat, profitiert von dieser Übung. Achillessehne berühren, etwas massieren, nicht zu stark. Dann der Übergang in die flache Sehne hier, die Aponeurose. Dann den Übergang hier reiben zum Gastrognemius, dem Zwillingswadenmuskel. Und noch einmal Achillessehne. Aponeurose des Gastrognemius reiben. Und dann die Plantar Aponeurose etwas massieren, etwas reiben. Stimulieren, die Proprozeption ankurbeln hier, also die Rezeptoren, die Sinnesorgane, die wichtig sind für die Ansteuerung dieses ganzen Bereiches. Die Ferse unbedingt berühren, den Übergang hier zwischen der Plantar Aponeurose und der Achillessehne. Gut. Dann stehen wir auf und schauen, ob wir uns jetzt ausgeglichen fühlen. Beugen und strecken. Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt tiefer nach unten gehen und mein Sprung ist viel elastischer. Et voilà, tolle Übung für jeden, der einen federnden Gang haben möchte, für jeden, der viel trainiert, joggt und so weiter. Oder auch für den Alltag, für ein größeres Wohlgefühl im Körper. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so dürfen Sie gerne unsere Webseite besuchen, frankl-methode.ch Dort können Sie sich für unsere Gratis-Videos anmelden und viele weitere wunderbare Ideen erhalten, wie Sie sich in Körper und Geist so richtig wohlfühlen können. Danke fürs Mitmachen und bis bald. Die Erholung Die Erholung Untertitelung des ZDF, 2020